Willkommen zu diesem kurzen Einblick in die faszinierende Welt der Reagenzgläser. Reagenzgläser sind kleine, zylindrische Gefäße aus Glas, die in der Welt der Wissenschaft eine wichtige Rolle spielen. Diese durchsichtigen Röhrchen, welche es in unterschiedlichen Größen gibt, ermöglichen es uns, chemische Experimente durchzuführen. Reagenzgläser werden verwendet, um Substanzen zu mischen, Reaktionen zu beobachten und sogar Gase zu sammeln. Die schmale Form erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten und die Transparenz ermöglicht es, Veränderungen während eines Experiments gut zu verfolgen. Wusstet ihr, dass es verschiedene Arten von Reagenzgläsern gibt? Manche, sogenannte Duran-Reagenzgläser sind hitzebeständig und können sogar über einer offenen Flamme verwendet werden. Reagenzgläser mit der Bezeichnung Fiolax sind weniger hitzebeständig und sollten nur für das Mischen von Flüssigkeiten verwendet werden. Reagenzgläser – ein wichtiges Werkzeug, um die Welt der Chemie zu erkunden und zu verstehen. Reagenzgläser Reagenzgläser Untertitelung des ZDF, 2020